Soll ich jetzt mit springen? Ja, soll ich jetzt mit springen? Ganz genau, ich springe es mal. Einfach! Seitlich weg springen. Ja, seitlich, seitlich springen ein bisschen. So, ich springe, Mädels. Ich bin auch nicht gegen das Bull. Das geht wunderbar. Ja, ich weiß nicht, ich stopstehe. Ja, ich springe. 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 Bis zum nächsten Mal.